Jetzt geht's nun weiter mit dem 23. Teil des Displays. Also ich hab jetzt hier erstmal die Werk aufbauen lassen, dass ich die jetzt mal weiter machen kann. Erstmal hatte ich rausgefunden, dass man Karotten braucht, um Schweine zu züchten. Also je weiter kann man Schweine machen, deswegen muss ich dann anscheinend auf eine Erkundungstool gehen. Also jetzt im letzten Fall hier ein bisschen Stein gebaut, den wir jetzt erstmal auch zur Pyramide bauen. Also ein Stein geht zur Pyramide, sodass man Steine brauchen kann und die nächste Schaufel zum Ende. Ich hab immer hier auf die Weiten herum. So, ich hab jetzt weg. So, und so machen... So machen... Und das so mach ich. Oh, da. Aber ich muss anscheinend mal zu einem Dorf gehen, mit dem ich gerade im BK-Dorf Ich werde dich in den Karotten kriegen, um die Schweine, die ich habe, mit sich nehmen. Und wenn wir zwei Kinder mit sich nehmen, dann holen sie die Koramie wieder hin. Und ich spiele exakt an Steine in den Ort gegangen. Hier vorne ist die Koramie, dann holen sie wieder hin. Weil die Schwierigkeit gerade ist auf Normal. Das wird mir dann so einfach. Ich habe für dich neulich noch Tiefbräufe gespielt. Und jetzt baue ich auf Normal an. Weil ich habe ja jetzt auch genug Vorbereitung, um auf die Monster anzutreten. Zumindest hier noch ein guter Halt nicht Deinschwerber. Was nur bis da zweimal benutzt wurde. So. Und hier einen runter. Hm. Soll noch mal einen runter. Soll ich die Erde haben, später noch zu brauchen. Hm. Soll ich noch ein paar Steine benutzen. Das hat man da zur Pyramide hin. Hm. Ich könnte demnächst vielleicht noch mal andere Pyramiden bauen, also auf andere Materialien. Soll ich richtig wie eine Pyramiden selbst hoch. Hm. Aber ich werde wahrscheinlich im nächsten Fall, das machen wir den losziehen zu den Ekecedo erfangen. Man muss am besten auch ein Wett mitnehmen. Hm. Und jetzt ist mir auch den Stein schon mal aufgegangen. Soll ich jetzt zurück. Was ich damit machen werde, werde ich auch noch... Oder könnt ihr auch noch in die Kommentare schreiben. Was ich damit machen soll. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich im Plan, das mit den maximalen Baumhöl zu bauen. Aber ich lasse das jetzt erstmal. Oh, ein Baum ist bewachsen. Und ich bin jetzt noch am Ernten. Hm. Jetzt hier ist eine Art Höhleneingang. Hm. Oh, das Eisen habe ich noch vergessen. Da habe ich noch vergessen, Eisen abzuernten. Hm. Vielleicht darf ich das nicht direkt mal machen. Aber ich komme da nicht runter. Wo komme ich denn am besten runter? Hier. Hier komme ich runter. Also hier ist ein Weg. Und da war hier der Slime. Da stehen wir mal in Park 20 am Ende. Also nicht am Ende. Ich glaube, da könnte noch mal eine Kacke hin. Ich habe hier absolut nichts born. Und jetzt hier das vergessene Eisen noch abbauen. Da ist ja noch mehr Eisen. Die beiden drei Stücke, die ich nicht vergessen habe an Eisen. Weil ich habe hier noch mehr Eisen gebrochen. Ich muss manchmal das auch weg. Und das Spiel schaust auch schon am Ende. Ich hoffe, ich habe hier noch mehr Eisen verletzt. Ich habe hier noch mehr Eisen verletzt. Ich habe hier noch mehr Eisen verletzt. Oh, da ist auch noch Eisen. Da habe ich Eis gar nicht ausgegraben. Ich komme noch näher. Oh, da ist auch noch Eisen. Ich habe hier noch etwas knackt. Ich komme einfach mal zurück. Und diese ganze Kohle hier, die lasse ich jetzt erstmal hier drinnen in Frieden. Und auch Kohle. Und diese ganze Kohle, die kann ich später mal wiederholen. Wenn wir bei mir die Kohle zur Neige gehen, habe ich hier mindestens einen vollen Stack an Kohle zur Verfügung noch. Oder sogar zwei. Wie geht es da denn dann? Und hier geht es in diesen Gang rein, wo es ihn hier hoch kann. Und jetzt in diesen Umständen eigentlich hier runter zu kommen. Oh, ein paar Seiten hier. Ich glaube, ich stelle mal die Grafikeinstellung, die Lichtweite runter, bis es vielleicht weniger leckt, aber besser reformend ist. Noch rein. Jetzt wieder einen Apfel essen und den einfach wieder abbauen. Und jetzt wieder erstmal noch eine Schaufel machen. Acht Eisenerze immerhin wieder. Aufgebracht wird man so. Hm. Wir brauchen noch ein bisschen Koppels. Ich pack die Erde hier weg. Und kann jetzt wieder ein bisschen Eisen reinbraten. Ja, die haben die nie noch runtergedraben. Da sind Schafe. Da habe ich genug Lärmung, worauf ich dann in der nächsten Part, so in der nächsten Part davon mal losgehen kann. Oder losgehen kann. Hm. Und jetzt erstmal hier den freigegrabenden Weg mit Pflastersteinen machen. Und den dann auch ausleuchten halt nicht. Den Weg los. Damit man sie nackt stehen und schön drehen kann. Sonst werde ich einfach den nächsten Tag immer weiterziehen. Na Eisenschwert habe ich auch noch. Hier wird Steinschwert und ein Eisenschwert. Und hier sind jetzt Koppelstone ausgegangen. Deshalb habe ich noch eine Schaufel hier gemacht. Nein, zu. Das sind so Pyramidegraben, die ich vielleicht auch mal noch als Zweithaus nutzen kann. Wie ich die nutzen kann, könnt ihr auch gleich in die Kommentare schreiben. Was ich mit der Pyramide machen soll. Im Moment sehe ich noch nicht so viele Ideen darin. Aber ich habe da schon mal eine Pyramide stehen. Sieht ja auch ganz schön hier aus. Nicht in einer Wüste gebaut, sondern hier. In einer Ebene. In einer Ebene. Also die Jungen. Die Eben. Eine Ebene. Das wird zum Eingang schlafen. Oh, ist da sehr dunkel drin. Hexen. Oh, da sind Hexen drin. Zombie-Screeper. Oh, oh, oh. Da muss ich anschein... Oh, es wird Nacht. Da muss ich jetzt mal... Jetzt mal nach Hause. Da sind Zombies, Hexen und... Und Creeper drinne. Da würde ich erstmal nicht reingehen. In der Zo... In der alles voller Zombies, Hexen und Creeper sind. Da sieht das Haus. Sieht irgendwie auch nicht so schön aus. Ich würde sonst gerne eigentlich auch mal andere Holzarten verwenden. Erstmal... I'm going to sleep. Je vais dormir. Ich gehe ja schlafen. Dann gehe ich erstmal... Ich bin wieder wach. Ich gehe wieder raus. Es ist immer wieder ein neuer Tag. Die Nachtmächte mit dem Monster überspringen. Da oben scheint noch ein Holzblock zu sein, weil es irgendwie auch nicht verschwindet hier oben. Irgendwo... Ach, da ist ein Holz. Deswegen gibt's die weg. Und ich baue die mal ab. Dann sind die Späne wieder weg. Und jetzt hier den Weg weiter bauen. Wir machen hier auch den Weg mal ein paar Fackeln. Wir machen hier auch den Weg mal ein paar Fackeln. Also ein paar Blöcke eine Fackel setzen. Damit der Weg auch nachts schön beleuchtet ist. Zack, 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 zack. Ich habe auch schnell vergessen die Pyramide zu beleuchten, ne? Was denn hier ist voller Monster da hinten jetzt? ... Jetzt lebe ich mal ein flach. Mit Damage. Hoffentlich mal nicht, dass ich mit dem Monster da hinten... was passiert wäre und musste sonst die nächste Pyramide ausleuchten. Pyramide ist ja, weil da innen drin noch keine Wappeln sind. Die Hexen sind weg. Ich muss hier anscheinend irgendwann ein paar Wappeln reinsetzen. Noch ein Speletten. Hackeln schnell damit, damit sie nichts mehr spawnen kann. Wenn wir keine Monster reinhaben. Noch mehr Hackeln, Hackeln, Hackeln. Hackeln und da sind wir Skelette. Der ist natürlich über ein Skelett in der Welt. Der ist noch ein Crafting-Table. Der ist mit den Hackeln aufgegangen. Der ist mit den Hackeln aufgegangen. Machen. Dann sind die hinten da. Hier könnt ihr nämlich noch was spawnen. Oder das würde zumindest die Spawner-Hackeln jetzt drin verringern. Und hier waren sogar Hexen drin. Jetzt ist erstmal hier ein bisschen ausgeleuchtet, aber noch nicht. Das ist noch nicht hundertprozentig. Jetzt muss ich hier bis zum Eingang nochmal. So, schon frei kamen. Ich hoffe, ich bin hier jetzt hier. Schon habe ich gar nicht mehr so viel Puppet-Stone. Hier sollte ich mal wieder ein bisschen mal was haben gehen. Hier ist wieder nur noch 64, aber das wird reichen. Jetzt zum Eingang. Der Eingang ist hier so. Jetzt sollte ich auch hier... Oh, Creeper! Hm, was kommt der denn her? Was kommt der denn her? Ich will den nicht echt nicht. Ha! Was kommt der denn jetzt noch mal her? Der ist scheinbar noch nicht perfekt ausgeleuchtet. Ich muss später nochmal hier gucken. Dass sich hier später nochmal gut ausleuchten. Und schon wieder essen. Was ist das? Was ist das? Flieder! Was ist das? Flieder! Neun Stücke. Oder acht. Äh, acht. Immerhin acht Stücke kriege ich hier raus. Da... Jetzt ist hier erstmal ein Weg zur Pyramide gebaut. Nach 15 Minuten, ich glaub am kommenden Tag, also am kommenden Part werde ich dann losziehen. Essen habe ich so erstmal genug. Steak. Das sind jetzt drei erwachsene Kühe, das heißt ich könnte eigentlich wieder züchten gehen. Besser die Erde nochmal weg. Holz habe ich so erstmal genug. Da brauche ich gar nicht. Eichen, die Holz brauche ich gar nicht. Kies brauche ich nicht. Noch ein Pfeiler brauche ich nicht. Spinnenaue brauche ich nicht. Höfenzahn brauche ich nicht. Weizenförder, die brauche ich auch nicht. Diebenholzbrettteil, dann kann ich ja eigentlich auch das wegpacken. Bogen. Bogen brauche ich ja nicht. Feuerstein brauche ich nicht. Netzlinge brauche ich nicht. Faden brauche ich nicht. Leiter nehme ich mit. Eichenholzzaun brauche ich nicht. Glieder brauche ich nicht. Und ich werde hier ein paar Werkzeug getragen. Ja, Holz habe ich noch ein bisschen. paar Sticks. Und jetzt erstmal wieder eine weitere Schaufel nicht auf Holz und auf Stein. Das sind noch eine. Ich brauche jetzt auch alles hier auf Stein, weil Eisen ist eigentlich ein bisschen wertvoll. Und dann eine weitere Axt. Schwert habe ich erstmal noch genug. Spitzhacke. Spitzhacken machen, da wird auch noch eine. Satz noch eine Spitzhacke. Und das kann erstmal hier zur Seite. Mittere jagen. Diese Schaufel so noch. Das werden uns zwei weitere gebrauchtet. So wird gleich den nächsten Tag losgehen. Wir können natürlich Ideen machen, was ich hier noch machen kann. So wird er entklärt. Und hier sieht man auch noch die Pyramide Spitz. Wenn man hier genau guckt hier. Und da die Spitz wird sichtbar. Die kann man auch nehmen, wenn man hier im Raum ist. Die Pyramide ist dann links hinter dem kleinen Übel. Und da sind die da zur Seite immer wieder vergnärtig. Und wenn ich hier an die Kostür nochmal züchten gehen. So bevor es dunkel wird. Und nur kurz ein bisschen. Soll ich mal ein paar rein abernten. und die Vorbeidung züchten. Und hier wird geschehen. Wie eine Kostürze. Und das wird die clay alt. Und hier ist es ein Kostürze. Und hier ist ein Kostürze. Und wir haben die Kostürze. Und das kann sich erst bei den Kostürze sehr gut zu halten. Und wir bei noch die Kostürze. So ist das mal alles. In diesem Bereich bleibt wahrscheinlich ein paar Samen übrig, ja. Elf Samen bleibt übrig. Das ist ja eigentlich ein Zauntor. Sieht doch eigentlich schon ein bisschen besser aus, wenn hier dieser Steinweg, äh Pflastersteinweg hier überführt. Und hier ist der Hauseingang. Da geht hier noch lang. Ich hätte den irgendwie dahinten noch, was mit Zombies gehört, aber... Da will ich ja jetzt erstmal nicht hin. Essen hab ich genug. Aber das ist... Die Samenbaum ist auch nicht... Erstmal will ich die Tür züchten gehen nochmal, bevor es dunkel wird und den Paster enden. Also wenn ich jetzt wieder klar bin, dann werde ich den Paster enden. Jetzt wird mal die Kühe verlieben. Und ich werde mir dann auch schon nochmal ein Tumalett machen und schon losziehen. Und ich werde mir dann auch schon nochmal ein Tumalett machen und schon losziehen. Weil wir eine Tour machen. Und zwar Bett... Wolle, 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 Wolle. Wo hab ich die Wolle? Da! Drei! Drei Wolle. Ich kann schon, dann kann ich schon mal ein Bett craften. Zwei hellgraue Wolle. Was war das denn? Hellgrauer Teppich. Ach, Teppich. Kann man ja machen. Und zwar wollen wir nicht als Teppich, der wir mit brauchen. Auf jeden Fall das Bett werde ich dann mitnehmen und es wird Nacht. Und damit werde ich den Tag aufwenden, wenn ich am nächsten Tag wieder aufwache. Bis dann und tschau.